Ich studiere Kommunikationswissenschaft hier an der Universität Hohenheim, weil ich finde, dass die Studieninhalte hier einen sehr hohen Praxisbezug haben. Ich denke, man wird hier sehr gut auf den zukünftigen Beruf vorbereitet. Ich wollte schon immer Journalistin werden und habe mich deshalb für Kommunikationswissenschaften entschieden. Ich habe im Laufe des Studiums jetzt noch viele andere interessante Berufsfelder kennengelernt, wie zum Beispiel Marktforschung oder Werbung, sodass ich jetzt zwar nicht mehr weiß, was ich werden will, aber mit dem Studiengang auf jeden Fall voll zufrieden bin. Ich habe mich für COWI an der Uni Hohenheim entschieden, weil das Fächerangebot sehr interdisziplinär ist. So kriegt man einen besseren Überblick sowohl über die sozialwissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Medien als auch über die Unternehmenskommunikation.